Herzlich Willkommen bei der ersten Folge der Challenge Soundtrack of my Life. Gestellt von Natascha Gerold, vielen Dank auch, ich nehme die Herausforderung an. Ich werde also im Laufe der nächsten sieben Tage pro Tag ein Lied oder Musikstück vorstellen, das einen gewissen Zeitraum meines Lebens geprägt hat. Heute ist ein Sonntag, der erste Tag der Woche und da passt natürlich hervorragend ein Kirchenlied und es ist tatsächlich das erste Lied, an das ich mich wirklich erinnern kann, dass es mich wahnsinnig beeindruckt hat und das tut es bis heute. Nicht viele Worte noch dazu, ich spiele es einfach. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020